So, endlich wieder, es bleibt spannend, Großmeister Jan Gustavsson und ich, wir haben eine lang anhaltende Fäde von 1000 Matches, naja, eigentlich habe ich nur gesagt, innerhalb von 1000 Matches, also jede Partie könnte die letzte sein, das macht es ja so unfassbar spannend und ohne weitere Ohne weiteres Gelaber wollen wir direkt die Herausforderung des Großmeisters annehmen, du kannst euch anklicken, Nikola, mach ruhig mal, so, dann kannst du da dran rumfummeln, 72. Match, hier ist die Herausforderung, wo ist es denn da? Und was Jan natürlich nicht weiß ist, wie unfassbar viel ich Karo Kahn geübt habe, letztes Mal hat er mich überlistet, als ich Karo Kahn gespielt habe, mit einer komplett merkwürdigen Antwort, das kann er sich natürlich auch nur erlauben gegen Nicht-Großmeister Mal gucken, was er heute im Repertoire hat, war der schon immer? 2800, der hat doch, der ist doch, warum ist der jetzt so hoch? Wird er den Tausch annehmen oder nicht? Ist hier die große Frage, ich habe mir nur die Tauschvarianten angesehen, er tauscht nicht? Scheiße Das war natürlich schon das Problem, dass ich nicht mehr weiß, wie es jetzt hier weitergeht Glaube so Weiß ich aber nicht Könnte sein, dass er jetzt den Move hier macht? Das ist halt das Problem, ich habe es mit der Vorbereitung nur Tauschvarianten angeguckt, jetzt tauscht er wieder nicht Jetzt ist schon wieder Die Frage Was macht man da? Tausch ich? Schlag ich? Dadurch, dass er so lange jetzt schon wieder nichts macht, weiß ich, dass er schon wieder was erklärt Und wenn er was erklärt, heißt das in der Regel, dass ich schon wieder irgendeinen dummen Fehler gemacht habe Da ist es Siehst du, ich habe es mir gedacht, das ist schon der erste Fehler, das hat er jetzt wahrscheinlich erklärt Keine Ahnung, schon wieder nur Kacke läuft es hier, egal wie ich es mache Ich habe mir eben noch Karo Kahn angeguckt, aber er macht es nie so wie in den scheiß Tutorials Er muss ja jetzt schlagen Dann schlage ich zurück Und dann habe ich wahrscheinlich schon wieder eine Kackbauernstruktur Und er hat das Zentrum, stimmt's? Und dann passiert das gleiche wie immer Der ist so enttäuscht wie deine Geschichtslehrerin damals Frau Loyero, ja So, jetzt, was ist jetzt? Jetzt ist es schon wieder Kacke Ich spiele jetzt auch wild Ich spiele jetzt auch wild Wenn er schlägt, snacke ich seine Dame Ist mir egal Ich spiele jetzt So muss man das sehen, Schmollex Jan kann gar nicht die Schach spielen, wenn er nicht mal die Eröffnung aus den Tutorials beherrscht So habe ich das noch gar nicht gesehen Boah, da gibt es aber jetzt viel Theorie bei Jan Daran merkt man sofort, wie sicher er sich fühlt Drei Minuten Zeit fürs Labern raus Aha, und hat wieder eine Variante gefunden Die ich nicht einkalkuliert habe Das ist sehr interessant Das ist sehr interessant Das ist sehr interessant Schwierig, schwierig Schwierig, schwierig Schwierig, schwierig Ich darf vorgehen Ich darf vorgehen Ich darf vorgehen Dann schlage ich aber zurück Das ist ja auch wieder dumm Wieder zu kurzfristig gedacht Ich dachte, ich schlage zurück Aber dann kann er ja da wieder schlagen Das macht ja auch keinen Sinn Ich mache hier einen Fehler nach dem anderen In der necesario Ich 볼 das aber zu dir Ich kann Obrigiert Ich bin mir Das ist nicht Ich bin noch資格 ine In ich kann Ich kann Und okay Ich bin schon Ich bin schön Ich bin Ich bin Und Nein Ich bin Ich bin Ich meine, der fällt auf den Trick rein. Ich würde da nicht drauf reinfallen. Wenn er schlägt, kann ich hier Schach geben und dann den Läufer snacken. Aber das klappt natürlich gegen Jan nicht. Und dann bringt mir der Move eigentlich nichts. Er wird einfach nach da gehen. Hm. Und wenn ich dann nach da gehe, geht er nach da. Nee, das könnte doch klappen. Wir probieren es aus. Wir probieren es aus. Hä, Moment, wieso klappt denn das jetzt? Deshalb! Das habe ich nicht gesehen. Das ist Schwein. Das ist Schwein. Mann, er hat immer eine Antwort. Du Friesenjung, bin ein kleiner Friesenjung. Gut parierte Scheiße. Ich dachte schon, er fällt drauf rein. Aber natürlich fällt er nicht drauf rein. Ich könnte so kotzen. Es macht so keinen Bock, gegen diesen Mann zu spielen. Nee, nochmal. Ich muss mir eine andere Falle überlegen. Ich bin ein kleiner Friesenjung und ich lebe unterm Deich. Oh, bin ein Friesenjung. Ich bin ein kleiner Friesenjung und ich wohne unterm Deich. Jetzt muss er ruchieren. Heißt das nicht unterm Deich? Wie heißt das? Bin ein Friesenjung. Bin ein kleiner Friesenjung. Und ich wohne unterm Deich. Ach, hinterm Deich. Ja, das macht mehr Sinn tatsächlich. Bin ein Friesenjung. Bin ein kleiner Friesenjung. Ich wohne unterm Deich. Oh, bin ein Friesenjung. Und bin ein kleiner Friesenjung. Und ich wohne unterm Deich. Oh, Double Angriff. Oh, Double Angriff. Die Dame auch noch. Oh, ist es Mice? Is it Mice? Oh, bin ein Friesenjung. Bin ein kleiner Friesenjung. Und ich wohne unterm Deich. Ja, ja, das ist schon Matt. Der hat sich schon hier wieder was überlegt. Das ist schon wieder vorbei. Und ich wohne. Das war's. Das war's. Schalten wir in unsere Lieblingskategorie. Die Analyse. Ich werde einfach nie wieder... Was war da los? Ich frage mich ja schon. Hat Gade das einstudiert? Er hat sehr schnell gespielt am Anfang. Spender F6, ein seltener Zug, sagen wir mal. D schlägt E ist hier gängig. Spender schlägt E4. Und jetzt gibt's Läuferner F5 oder Spender F6 oder Spender D7. Das hier ist das ganz moderne Zeug. Schwarz akzeptiert diesen Doppelborn, aber versucht sich an der Stelle zu entwickeln. So spielen die jungen Leute heutzutage. Aber Eddie spielt sofort Spender F6. Was als nicht so gut geht. Wegen Borna E5. Der Spender kriegt einen Tritt. Das ist so süß, dass Jan immer noch denkt, dass ich mir irgendwas dabei gedacht habe. Meines Wissens nach nicht so gut. Aber ich hatte ein bisschen Angst. Ich hatte ein bisschen Angst. Okay, ich nehm weg. Der prinzipielle Zug. Okay, auch Läufer D3 spielen. Ich weiß ein bisschen besser, aber dann nehmt er weg. Okay, nichts Schlimmes passiert. Also schlagen, verdoppelt die Bauern. D schlägt E, Läufer C4. Sah auch logisch aus. Entwickelt den Läufer. Und bereitet die Springerwanderung vor. Und jetzt kam Atempo E-Bau nach C5. Da war ich ein bisschen schockiert. Okay. Ich bin ein prinzipieller Typ. Nehmt hier das Zentrum. D schlägt C. Dachte ich da mal A5. Vielleicht nicht so klar. Oder Dame schlägt D1. Also D5 wirkte schon richtig. Und jetzt wusste ich nicht genau, was Schwarz spielen sollte. Kommt, wie gesagt, G6 an F4. Ja, sieht auch logisch aus. Den Kollegen unterstützen. Und weiß viel besser. Also es wirkt schon wackelig, mir so viel Zentrumskontrolle zu geben. Aber es kam sehr, sehr flink. Auch Läufer F5. Ja, das war, weil ich davor einfach Blitz gespielt habe. Das war einfach dumm. Es ist wieder ein Kurs hier von Ultimate Brain. Oder von wem er sich die. Ultimate Guide. Ultimate Liedschutz Guide. Wir werden es nie erfahren. Läufer F5. Ich gucke mal nur auf die Zahl hier. Plus 2. Sind wir dabei. Sprecher E2. Sprecher D7. Und jetzt Fehler. Fehler von mir. Läufer F4. Danach nicht mehr so viel los nach G5. E6. Herr, war mir zu stressig. Aber das wäre der brutalste Weg gewesen. Ich habe nichts Direktes gesehen. Guck, wie sie einfach entwickeln. Und weiß viel besser. Who am I dagegen zu argumentieren. Läufer F4. Und jetzt hier. G5. Fast, fast. B5. Auf der anderen Seite macht der Entzug. Habe ich schon mal kurz drüber nachgedacht. Aber dann dachte ich, den snackt er mir einfach weg. Läufer kommt raus. Und wer weiß. Wer weiß, was er ist. Der kann doch einfach weg snacken. Ich dachte, ich stehe besser hier, weil ich dachte, nach Läufer G7 habe ich E6. Aber, wie üblich, lag ich vollkommen falsch. Schreiben wir 6 Läufer. B5, QEF8. Schwarz im Geschäft. Also, für die nächste Partie, was muss ich lernen? Läufer F4 ungenau. E6 stärker. Und Nachläufer F4. G5 wäre es gewesen, nicht B5. Ah, Zahldreherchen. Läufer schlägt. Und ich vermute, Eddie hat auf diesen Trick gehofft. Aber der Trick funktioniert halt erst, wenn mein Springer hier drüben schon etwas gemacht hat. Jetzt geht er einfach dazwischen. Pariert das Schach und deckt den Läufer. Ist ein Tausendsasser, dieser Springer. Okay, jetzt ist er schon relativ schwer. Danke, Jacko. Und nach Bauna E6 geht es schnell zu Ende im Laufschicht, D7. Es werden auch gefragt nach G5. Läufer schlägt G5. Was dann passiert? Ich vermute einfach Läufer G7. Aber es ging auch sofort Springer schlägt E5. Er vielleicht sollte weiß so spielen. Ein bisschen mehr Kontrolle behalten. Aber die Stellung ist nicht so klar, wie er an der Bewertung sehen kann. Also B5 der Fehler. Bis dahin. Spannende Partie. Und jetzt geht es diesem König an den Kragen. Hier hatte ich noch keinen Matt gesehen. Aber ich dachte, die Chancen sollten gut stehen in so einer Stellung. Und damit hatte ich recht. Und der König E6 damit D5, König E7. Jetzt nur die Frage, was der schnellste Weg ist. Aber es gewinnt natürlich alles. Hier, ich dachte König E7. Jetzt war ich nicht sicher. Läufer G5 oder schlagen. Komm, wie gesagt, verschlagen. In so einer Situation möchte ich auch mal kommen, dass ich gar nicht weiß, vor lauter Optionen, wie man was schlägt. Fällt der Turm auch, König E7. Ich hatte irgendwo hinrochiert. Und Turm mehr und Angriff. Das hätte ich geschafft. So, es bleibt spannend. Partie Nummer, ich weiß es leider echt nicht. 73 sagen wir mal. Ja, Leute, ich habe es versucht mit Caro Kahn. Ich habe wirklich im Vorfeld Caro Kahn mir angeguckt. Die Exchange-Varianten, die Abtausch-Varianten. Er hat nicht abgetauscht. Damit hat er mich wieder mal auf dem falschen Fuß erwischt. Aber das nächste Mal. Naja, das nächste Mal nicht, weil das ist jetzt, nehmen wir direkt im Anschluss. Aber das übernächste Mal werde ich mich auf Nicht-Abtausch-Varianten von Caro Kahn vorbereiten. Was will er dann machen, der Großmeister? Das frage ich euch. Das frage ich euch. Tschüss. Tschüss.